Willkommen beim Podcast Business Coaching and More von Dr. Christopher Rauen und Andreas Steinhübel. Informationen und Inspiration für Coaching-Profis und alle, die es werden wollen. Mein Name ist Christopher Rauen. Und mein Name ist Andreas Steinhübel. Wir arbeiten beide seit über 25 Jahren als Business Coaches und sind ursprünglich Diplom-Zychologen. Und mit diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen rund um das Thema Coaching teilen und natürlich auch ein bisschen über den Tellerrand hinaus blicken. Und in dieser Folge haben wir einen Gast eingeladen. Saskia Werner sitzt in Ludwigsfelde. Das klären wir gleich nochmal genauer auf, in näher welcher Stadt das ist. Und Saskia, wir haben dich eingeladen mit dem Thema Ikigai, Ikigai-Coaching. Ein ganz spannendes Thema, gerade so beim Thema Sinn, sinnerfülltes Leben. Und bevor wir inhaltlich einsteigen, magst du ein bisschen was über dich erzählen, vielleicht auch, wie bist du zum Thema Coaching gekommen, wie bist du zu dem Thema Ikigai-Coaching gekommen. Ja, erstmal herzlich willkommen, Saskia, bei uns heute in dieser Folge. Ja, vielen, vielen Dank, dass ich euer Gast sein darf heute. Ja, wie ich zum Thema gekommen bin, ist ganz spannend. Ich würde sagen, über viele Irrwege, eigene beruflichen Irrwege. Ich habe lange selbst meine eigene Berufung gefunden, habe wirklich viel Verschiedenes ausprobiert und habe zuletzt auch als Personalberaterin noch gearbeitet in Unternehmen. Und habe aber immer gemerkt, dass mir irgendwie noch was fehlt, also wirklich ein Themenbereich mir fehlt. Oder irgendwie, dass es noch nicht so der Funke ist, also der komplette Funke übergesprungen. Und dann habe ich wirklich per Zufall eine Stellenausschreibung im Coaching gesehen als Bewerbungscoach, Karriereberaterin. Da habe ich gedacht, na gut, das passt ganz gut eigentlich zu meinem Thema als Personalberaterin. Schaue ich mir mal an und dann habe ich die Coaching-Weiterbildung gemacht und gemerkt, oh, okay, das ist spannend. Menschen bei ihrer eigenen Veränderung zu begleiten und auch Menschen einfach persönlich weiterzuentwickeln. Dann habe ich Coaching dort gestartet mit, also mich selbstständig gemacht in dem Bereich und habe festgestellt, dass da auch wieder dieses Thema war. So die Frage, welchen Bereich decke ich denn ab? Am Anfang war es wirklich nur Bewerbungsberatung, Bewerbungscoaching, so die Schiene. Und dann bin ich auch eher zufällig wieder, es ist wirklich so Zufall, auf dieses Thema Ikigai gestoßen. Und fand eben diese achtsame Lebensführung, die dahinter steht, sehr interessant, weil das auch für mich selbst so ein eigenes Thema ist. Also wie kann ich achtsam und sinnvoll mein Leben gestalten, das eben auf verschiedenen, also auf alle Lebensbereiche so anwenden. Ja, und jetzt, ich freue mich sehr, heute bei euch zu sein. Wir freuen uns, dass du unser Gast bist. Ja, und ich greife das mal auf, du hast gerade so schön gesagt, Zufall. Ich habe gerade so gedacht, es ist dir zugefallen. Also das Thema ist dir zugefallen. Ich finde es schön, wie du es so persönlich hergeleitet hast. Das heißt, ich habe gerade so ein bisschen gedacht, vielleicht auch so Suchende, die jetzt anderen hilft zu suchen. Ich weiß gar nicht, ob du das selbst beschreiben willst, aber so mache einfach mal so das Bild, was bei mir gerade gekommen ist. Saskia, du hast dich einer bestimmten Methodik, eines bestimmten Konzeptes verschrieben, eben diesem Ikigai. Vielleicht magst du uns ein bisschen was zu dem Hintergrund davon erzählen. Ja, mir ist das in der Tat wirklich auch zugefallen. Also dieses Ikigai-Konzept, wie gesagt, also Ikigai heißt eigentlich so gut wie das, wofür es sich lohnt, morgens aufzustehen, also übersetzt. Und das ist eigentlich wirklich eine japanische Lebensphilosophie des achtsamen Lebens, des Lebens im Moment und der Freude auch an den kleinen Dingen. Und da gibt es aber eben das Modell, was ganz oft verwendet wird in dem Zusammenhang, dass eben die verschiedenen Komponente von Passion, Mission, Beruf und Berufung vereint. Und ja, und das wende ich eben in meinem Coaching an und lasse das Ganze, habe das noch ergänzt über die Werte, weil ich finde, wenn man seine eigenen Werte eben in Einklang mit diesen vier Komponenten bringt, dann ist das doch eine solide Basis so für das eigene Leben, das sinnvoll zu gestalten. Ja, und du hast daraus dann eben deinen Ansatz entwickelt, eben dieses Ikigai-Coaching. Gibt es zu dem Thema, weil du das gerade so erwähnt hast, auch so eine Verbindung zum Thema Achtsamkeit, weil das auch auf englischer Mindfulness auch momentan ja auch ein sehr, sehr spannendes Thema für viele Menschen ist? Ja, also zum Teil ja. Ja, ich würde sagen, also andersrum, mein Ansatz, Coaching ist auch genau der, dass ich Menschen eben dabei unterstütze, ihre Berufung zu finden. Ich sage es jetzt mal so ganz platt, meine das aber ganz tief. Ich möchte Menschen dabei begleiten, dass sie wirklich langfristig was finden, eine Tätigkeit finden, die sie erfüllt. Also ein Tätigkeitsfeld, wo sie wirken können und wo sie für sich selbst wirksam sein können, aber eben auch für andere. Und für mich ist das eben mit der Ikigai-Methode dadurch sehr gut abgedeckt, aber eben auch, ja, es hat diesen achtsamen Aspekt natürlich drin, ja. Jetzt hast du gerade so die verschiedenen Aspekte einmal benannt. Lass uns da ruhig einmal so ins Modell erstmal auch ein bisschen eintauchen, weil ich weiß, dass die Hörerschaft oft auch so an Modellen erstmal interessiert ist. Vielleicht magst du so zu den einzelnen Punkten so ein bisschen noch was benennen, dass jeder das auch nochmal so vielleicht so fast als bildliches Modell sieht. Also Passion, Mission, Beruf, Berufung, Werteergänzung, dass wir dann vielleicht auch mal so in ein, zwei Praxisfälle eintauchen. Aber wie, ich frage mal ganz, ganz simpel, wie geht Ikigai? Ja, gute Frage. Ich würde sagen, Ikigai, erstmal geht Ikigai für jeden anders, weil jeder Mensch sehr individuell ist und dadurch ist sein Ikigai auch komplett anders. Ja, bei den Komponenten ist es so, zum Beispiel bei Passion, zur Komponente Passion, ist es so die Frage, die man sich stellen kann oder die ihr, liebe Zuhörer, euch stellen könnt. Die Frage, was kann ich gut und was liebe ich? Also die Mischung aus eurer Fähigkeit und eurem Talent. Und bei der Mission ist es die Kombination aus, was liebe ich und was braucht die Welt? Also die Kombination aus eurem Talent und dem, was ihr der Gesellschaft geben könnt. Dann haben wir noch die Komponente Berufung. Das ist die Kombination aus, wofür würden andere Personen mich entlohnen und was braucht die Welt wieder? Eine erwerbsorientierte Tätigkeit und der gesellschaftliche Mehrwert. Und dann eben noch die Komponente Beruf. Also was kann ich gut und wofür würden andere Personen mich entlohnen? Und das alles zusammen basiert auf euren Werten oder auf den Werten, die jeder mitbringt, ergibt das Ikigai. Das ist sozusagen, wenn man so will, die Idealvorstellung von dem eigenen Selbst auf diese vier Bereiche gemünzt. Das heißt, du versuchst so eine Schnittmenge zu finden aus diesen Bereichen, die du gerade erwähnt hast und dann ergibt sich für die Klienten daraus schon nahezu zwingend der Beruf oder die Berufung oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau, korrekt. Also es muss nicht unbedingt nur der Beruf Berufung sein. Genau, also es ist die größtmögliche Schnittmenge aus allen diesen vier Komponenten, weil das sozusagen so ein bisschen der Leitstern des jeweiligen ist, des jeweiligen Menschens ist, der ihn durchzieht. Ich unterstütze ja bei der beruflichen Neuorientierung, deshalb ist mein Fokus auch die Berufung daraus zu ziehen, also berufliche Perspektiven zu erörtern und die herauszustellen. Aber es kann, Ikigai kann man eben auch im Privaten finden. Also es kann auch sein, wenn jemand jetzt so als Beispiel super gerne zeichnet oder Comic zeichnet und da super kreativ unterwegs ist, kann das eben auch sein, Ikigai sein, zum Beispiel. Jetzt mal jetzt so ganz, ganz einfach formuliert. Also es muss nicht im Beruflichen unbedingt nur sein oder wenn jemand gerne Menschen unterstützt, ehrenamtlich oder beim Lesen unterstützt, ich weiß es nicht, so die Schiene, das kann auch für den einen das Ikigai sein. Also es geht nicht ausschließlich um Erwerb, sondern es geht auch um Tätigkeit grundsätzlicher Art und Weise, in der man eine gewisse Erfüllung, eine gewisse Sinnerfüllung findet, wenn ich es richtig verstanden habe. Korrekt, ja, genau. Magst du uns vielleicht mal so ein, zwei Beispiele nennen, vielleicht einmal so mehr beruflich und einmal mehr privat, vielleicht auch so mit ein paar Fallstricken, die damit verbunden waren? Weil ich stelle mir jetzt zum Beispiel die Situation vor, dass es wahrscheinlich gar nicht so selten vorkommt, dass Menschen zu dir kommen und sagen, ich weiß gar nicht, was ich wirklich gut kann. Genau, ja, das habe ich recht oft. Also als berufliches Beispiel hatte ich eine Klientin, sie war zahnmedizinische Fachangestellte, kam zu mir in die Praxis und eben auch dieses, ich bin jetzt 40 und ich weiß gar nicht, in welche Richtung es gehen kann bei mir beruflich. Ich weiß nur, dass ich dort, wo ich jetzt bin, falsch bin. Dann haben wir die Ikigai-Methode angewandt und dann hat sie festgestellt, also so das Ergebnis war, dass sie sich mehr gesellschaftlich engagieren möchte, also dass sie ehrenamtlich mit Migrantinnen beschäftigt und sie bei der Einbürgerung in Deutschland unterstützt. Dass sie gleichzeitig auch ihren Traum verfolgt, aber das ist eher im Privaten, irgendwann als Speakerin auf der großen Bühne zu stehen. Das ist für sie persönlich eine sehr große Hürde, weil sie eben auch erkrankt war, also auch eine körperliche Erkrankheit hat, die ihr das eben auch grundsätzlich sehr zugänglich gemacht hat. Das fand ich persönlich, hat mich das wirklich sehr berührt, diese Entwicklung zu sehen und mit ihr mitzudurchleben und dieses Ergebnis einfach zu sehen. Vielleicht magst du nochmal so auch beschreiben, also fast so, ich mach's mal bewusst so, fast rein technisch. Wie funktioniert das? Also triffst du dich mehrmals? Stellst du die offenen Fragen? Also einfach, dass wir noch so, wir tun mal so, wir wären dabei. Wir wären Mäuschen in eurer Praxis. Und was würden wir sehen? Was tust du? Ja, gute Frage. Bei ihr war das, ich mach's jetzt mal anhand von ihr ganz konkret, weil grundsätzlich ist sie immer sehr individuell, wen ich vor mir hab. Aber bei ihr war's so, dass ich in die erste Session in der Tat mit einer Visualisierung gestartet bin. Also ich hab ganz schöne Bildchen, also so Bilder von der Natur, aber eher gezeichnete Bilder, also keine echten. Da hab ich eine, ich sag mal, bunte Kollektion mir zusammengestellt. 25 Bilder kann man sich vorstellen und die bin ich mit ihr erstmal durchgegangen, hab so erstmal so die Grundstimmung ganz am Anfang abgeklopft. Wo will sie hin? Und da fand ich schon ganz schön, da hat sie ein interessantes Bild ausgewählt. Das war so ein Engelsbild, also ganz düsterer Hintergrund, ganz dunkel, aber dieser Engel, der so empor schwebt so. Das fand ich sehr interessant, dass sie das Bild ausgewählt hat und mit der Begründung, ich möchte auch irgendwann diese Flügel haben, weil meine Flügel sind noch gestaucht, die sind noch nicht da. Ich möchte, ich weiß, aber ich kann das schaffen. Ich möchte diese Engel, diese Flügel bekommen, ich möchte fliegen können. Also jetzt so im übertragenen Sinne. Und das hing bei ihr ja auch an dieser Krankheit, an dieser körperlichen. Damit sind wir so gestartet, mit dieser Visualisierung. Und dann habe ich in den Stunden in der Tat, also das war so insgesamt, hat bei ihr ein bisschen länger gedauert, weil es auch sehr tief ging da, das Thema. Insgesamt so, ich glaube, acht Stunden hatten wir acht oder neun. Also ich sage mal so pro Session, pro Komponente vom Ikigai-Modell, also Passion, Mission, Beruf, Berufung und Werte. Werte hatten wir, glaube ich, zwei Stunden, hatten wir jeweils eine Stunde pro Komponente gemacht. Da habe ich ganz unterschiedlich viel mit systemischen Fragen natürlich gearbeitet, viel mit der Adler-Perspektive, also dieses, was würde jetzt der Adler tun in deinem Fall oder wo siehst du dich in Zukunft, wo stehst du gerade aktuell. Also die klassischen wirklich systemischen Fragen so aus dem Coaching genutzt, aber auch zum Teil ein bisschen Medien, sage ich mal, aus dem Conceptboard. Conceptboard ist sozusagen so ein Tool, wo man so schöne Grafiken auch erstellen kann und auch, wo man so ein bisschen Brainstorming machen kann. Und das habe ich auch viel verwendet bei ihr im Prozess, weil ich das Gefühl hatte, dass sie immer dieses, wenn sie ein Wort gesehen hat, dass es so weitere Impulse auch bei ihr hervorgebracht hat. Und so der gesamte Prozess, bis du jetzt so alle vier beziehungsweise fünf Komponenten durchgegangen bist von dem Modell, was ist da so ein Erfahrungswert? Dauert das eine Woche, dauert das einen Monat, dauert das ein halbes Jahr? Was ist da so das gängigste Modell bei dir? Bei mir ist es so, also dadurch, dass ich das immer einmal die Woche anbiete, so am Freitag meine Coachings, habe ich das bei ihr, hat es jetzt zwei bis drei Monate gedauert. Und ich würde auch sagen, dass das realistisch ist, wenn es nur, ich sage mal, ikigai-Coaching, ja, dann ist das machbar. Das ist ja auch ein guter Zeitraum für viele Klientinnen und Klienten, das bestimmt auch so sacken zu lassen und weiterzudenken und innerlich auch zu verarbeiten. Das geht ja nicht, ich sage immer, neun Frauen kriegen ja ein Kind auch nicht in einem Monat. Das geht dann auch nicht schneller. Es gibt Prozesse, die kann man nicht gut parallelisieren. Genau, ja, korrekt. Also das ist genau das Thema auch, man kann natürlich alles hintereinander und weg machen. Meine Erfahrung ist da, dass so zwei bis drei Wochen Zeitabstand, je nach Intensität des Themas auch oder der Komponente, dass es das auch braucht. Weil manchmal sind es wirklich Entdeckungen für den Klienten oder auch bei ihr war das so, die dann erstmal wirklich sacken müssen, weil das so ein bisschen wirklich die Perspektive des Lebens, also wirklich verschiebt so. Genau, das ist ja schon ein sehr starker Veränderungswunsch, den du da begleitet hast. Hast du da manchmal Sorgen um deine Klientinnen und Klienten? Ja, habe ich, weil ich mich manchmal dann frage, wie weit ich berechtigt bin, in das Leben von jemand Fremden so weit einzugreifen, vor allem wenn ich sehe, dass es so wirksam ist oder wirksam sein kann. Vor allem auch, weil ich dann denke, wie wirkt sich das jetzt aufs Umfeld, positiv und negativ aus. Bei meiner Erfahrung ist auch, dass manchmal das Umfeld sich natürlich mit der Person mit verändert, also positiv oder negativ. Ja, ich meine, jemand, der seine Passion gefunden hat und der davon auch überzeugt ist und das dann auch durchzieht, das fällt ja schon auf im bisherigen System und manchmal fällt es positiv auf, aber wahrscheinlich auch nicht immer. Es verunsichert, ist mein Gefühl. Bei ihr war das auch so, es verunsichert, kann sehr stark das bestehende System verunsichern. Bei ihr war das im Job so, dass ihre Kollegen ein bisschen Abstand von ihr genommen haben, aber auch, weil sie selbst, wirklich selbstbewusster geworden ist dadurch und klarer auch ihre Grenzen kommunizieren konnte dadurch. Das ist bei den Kollegen eher negativ aufgefallen. Also für sie selbst war es sehr positiv, hat sie mir gesagt, aber für Kollegen vor Ort natürlich nicht so, weil sie dann irgendwie erstmal wieder mit dieser neuen Person oder veränderten Person irgendwie klarkommen mussten. Und das nach langer Zeit, die sie dort war im Unternehmen. Genau, aber in ihrer eigenen Beziehung wiederum, das fand ich ganz interessant, hat sie mir erzählt, dass ihr Partner sie ganz anders, also anders wahrnimmt und anders behandelt. Dass sie auch viele Dinge für sich selbst einfach klarer hat und dadurch klarer ansprechen kann. Du beschreibst das sehr, sehr, ich sag mal bewusst, behutsam bedächtig, was ich sehr, sehr wichtig auch finde, weil ich glaube, gerade bei der Methode ist sicherlich diese Grundcoaching-Haltung wichtig, dass ich für mich als Klientin etwas finde und du sozusagen in einer unterstützenden, begleitenden Rolle bist, weil ich mir auch vorstellen kann, dass das eine Methode ist, die erstmal einladen könnte, auch zu denken, ach ja, ich weiß doch genau, was gut für dich ist. Gibt es so Momente, wo du, ich sag mal bewusst so kollegial, wo du dich dabei erwischst, wo du sagst, Mensch, komm, wieso biegt die nicht links ab, wieso macht die nicht endlich ihren, ihre Pommesbude auf oder was auch immer. Oder wie, also so ernsthaft professionell gefragt, wie gelingt es dir sozusagen, also dran zu sein und trotzdem so diese Neutralität, Allparteilichkeit und Offenheit herzustellen, stelle ich mir gar nicht ganz einfach vor. Ich bin mir, also ich sag mal, ich bin mir dessen komplett bewusst, was ich als Coach auch, also wie ich wirken kann bei meinem Gegenüber und dass ich wirken kann und auch, dass das eben enorme Veränderungen für Systemen haben kann. Und dadurch ist es für mich auch, also ich sehe es als meine eigene Verantwortung als Coach, als professioneller Coach, mein Gegenüber nicht zu manipulieren. Weil das könnte ich natürlich, aber das sehe ich eben nicht als meine Aufgabe, sondern meine Aufgabe ist es, das Gegenüber, also meinen Klienten bestmöglich zu unterstützen in ihrem oder seinem Veränderungsprozess. Und das kann ich nur, indem ich 100 Prozent auch meine Aufmerksamkeit beim Gegenüber bin und eben meine eigenen Gedanken in dem Moment. Und natürlich kommen die hoch manchmal, wenn ich denke, okay, wieso macht sie jetzt nicht das oder das? Das kommt hoch, sicher, auf jeden Fall. Aber in dem Moment, dass ich, also mir fällt, ich bin in dem Prozess schon eher auch in so einer Adlerperspektive mit drin. Also im Coaching, wenn ich merke, dass ich zu subjektiv gerade werde oder werte in meinem Kopf, versuche ich mich eben selbst zurückzureißen dann und zu sagen, nee, Sascha, das ist jetzt hier nicht dein Part, das muss sie lösen. Und denk dran so, also ich versuche mich da rauszuziehen. Ja, ich bin ganz dankbar, dass du das so beschreibst, weil wir haben ja sozusagen, ich sage mal, neben der inhaltlichen Facette gerade haben wir sicherlich auch in unserem Podcast immer den Anspruch, so ein bisschen, also fast ein bisschen aufklärerisch auch zu sein. Also wenn jetzt sozusagen das Interesse geweckt wird, dass jemand sagt, ah, bin interessiert an beruflichen Veränderungen und bin interessiert am Ikigai-Coaching, da eben bewusst auch zu gucken, dass es eben niemanden gibt, der sozusagen in meine Seele rein mechanikt, sondern mir eine Unterstützung anbietet, so wie du es auch beschreibst, sowohl von der Haltung, aber auch vom Vorgehen. Ich mag nochmal eine andere Frage kurz abbiegen, wenn wir so einmal uns vorstellen, jetzt hast du ja eine Klientin gerade beschrieben, die sozusagen aus sich heraus auch diesen Veränderungswunsch empfindet. Kommen denn auch Menschen zu dir, die in einer bestehenden Beschäftigung sind, wo die sagen, eigentlich möchte ich da bleiben, ich brauche vielleicht eher eine Varianz dessen? Oder erlebst du eher Klienten, die wirklich fast eine radikalere Veränderung wollen? Mein Eindruck ist schon oft bei meinen Klienten, dass sie eher radikalere Veränderungen wünschen, aber das ist, glaube ich, fußt eher auf dem Prinzip, weil sie gerade etwas tun, was sie wirklich nicht erfüllt, also was sie wirklich auch noch nicht mal zufrieden macht. Mein Eindruck ist oft bei meinen Klienten, dass sie irgendwas tun, was eben gutes Geld bringt, das ist oft so eine Komponente, was gutes Geld bringt, was die Wohnung finanziert, die Rechnung finanziert, aber nicht unbedingt das, was sie gut finden. Also ich habe oft so diesen Clash zwischen, diese Diskrepanz zwischen jemand, der kreativ sein möchte, der einfach eigentlich am liebsten so, sage ich mal, in der Freizeit nähen möchte, basteln möchte, ich sage mal so diese ganze kreative Schiene und dann sagt, ja, aber wie soll ich das denn beruflich verwirken, das ist so schwierig und damit, da kriegt man kein Geld für, also mache ich was ganz anderes. Also ich bin Controllerin, werde gut bezahlt, aber kann eben das nicht ausleben und dann kommt es natürlich immer, immer zu dieser massiven, gefühlten Diskrepanz, weil man einfach sich selbst auch nicht ganz treu ist, sage ich mal. Was sind denn gerade in so einer Situation, ich stelle mir vor, dass das wahrscheinlich gar nicht so selten ist, was sind da gute Lösungswege? Meine Wahrnehmung ist, so ein Zwischenweg erstmal zu gehen, also jetzt nicht zu sagen, ich kündige jetzt meinen Controlling-Job gleich, sondern zu überlegen, wie viel Zeit verbringe ich klar erstmal im Job. Also meine Wahrnehmung ist, dass manchmal das Runterstufen schon helfen kann, also auf Teilzeit zu gehen und dann zum Beispiel einen Tag die Woche aber eben für diese Leidenschaft, für diese Passion, für diese kreative Zeit zu haben. Das ist zum Beispiel meine Wahrnehmung, dass das ganz gut funktioniert oder eben auch wirklich sich in dem Bereich selbstständig zu machen, aber immer noch diese Sicherheit von diesem gut bezahlten Job zu haben, am Anfang zumindest, um eben wirklich mehr, ich sage mal, mehr Energie und Zeit auch mit diesem Kreativen zu verbringen. Also dass es nicht dieses eine oder ist, entweder oder, sondern so eine Mischung aus beiden Welten ist. Mein Eindruck. Also das ist auf jeden Fall schon mal viel besser, als gar nicht dem hinterher zu gehen und nur zu sagen, nee, das kann ich ja nicht machen. Gibt es bestimmte Fälle oder Fallkonstellationen oder Ausgangssituationen, wo du sagst, nee, das mache ich nicht? Dass jemand zu dir kommt mit einem Wunsch, wo du aber das Gefühl hast, das möchtest du nicht bearbeiten oder da liegt vielleicht mehr ein therapeutisches Anliegen dahinter? Ja, ja. Und häufig, so kenne ich es jedenfalls, korrigiere mich bitte, wenn ich da was Falsches reininterpretiere, liegt da ja ein gewisses Maß an Unzufriedenheit dahinter mit der aktuellen Situation, was diesen Veränderungswunsch dann halt letzten Endes initiiert. Und manchmal kann das ja auch schon so weit sein, dass man sagt, boah, das kann man wahrscheinlich mit Coaching gar nicht mehr bearbeiten. Also deswegen frage ich, ob es für dich so Punkte gibt, wo du sagst, nee, das mache ich nicht. Gibt es, hatte ich auch schon. Bei mir war das sogar witzigerweise oder auch nicht witzigerweise, aber irgendwie fand ich es schon witzig. Im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, war das mein allererster Klient. Und genau so ein Fall, wo ich, ich sag mal, den ersten zwei, drei Stunden das Gefühl hatte, dass ich nicht wirksam sein kann mit Coaching bei ihm. Und das habe ich meinem Klienten aber auch ganz klar gespiegelt und gesagt, also nach, weil, wie gesagt, ich war ganz jung am Anfang damit, habe gedacht, gut, vielleicht habe ich jetzt schlechte Fragen gestellt oder vielleicht ist irgendwas anderes noch. Ich wollte das erst mal kurz schauen, woran das noch liegen könnte und habe ihm dann aber auch gespiegelt, du, ich habe den Eindruck, ich komme hier nicht weiter mit dir oder du kannst manche meiner Fragen, also diese systemischen Fragen auch aus dem Coaching nicht gut beantworten oder gar nicht beantworten. Und das war so ein bisschen für mich auch so ein Marker, dass da irgendwas wirklich tiefer Gründiges vorliegen muss. Und das hat er dann selbst, also das war sozusagen eher, er hat selbst festgestellt durch diese paar Sessions mit mir, dass er auch eher eine Psychotherapie braucht und die hat er dann auch gestartet. Das ist, finde ich, so ein schwieriges Thema, weil mein Eindruck ist, auch im Coaching, dass das zugenommen hat. Also, dass viele Klienten, die zu mir kommen, haben öfters mal auch so ein psychotherapeutisches Thema, also wirklich ein tiefengründiges Thema oder sind eben parallel auch in Behandlung. Aber da sage ich auch ganz klar immer vorweg, wenn es Themenstellungen sind, die psychotherapeutisch sind oder wo ich das Gefühl habe, ich kann nicht wirken, sage ich das auch ganz konkret. Mein Thema ist berufliche Neuorientierung und ich glaube, diese Verhaltensmuster, die ich gerade wahrnehme, das ist auf jeden Fall so, was sie sich anschauen können, sollten, wie auch immer. Aber da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner. Ja, puh, da hast du ja gleich beim ersten Mal, wenn das dein erster Klient war, das stelle ich mir aber auch nicht so einfach vor. Gerade am Anfang kann mich noch sehr dunkel daran erinnern, aber die Erinnerung ist Gott sei Dank noch da. Man kämpft ja auch mit seiner eigenen Unsicherheit. Ich glaube, das geht, glaube ich, jedem Kutsch so am Anfang. Und das stelle ich mir jetzt gar nicht so einfach vor, wenn du gleich am Anfang so eine Erfahrung dann halt machst. Hat dich das so ein bisschen zögern lassen oder konntest du das relativ schnell gut wegstecken? Nee, das hat mich schon am Anfang eben, so wie du richtig sagst, ich war sehr verunsichert auch. Ich war verunsichert, stelle ich die richtigen Fragen. Das hat mich schon eine Zeit lang ein bisschen, also ein paar Wochen schon aus der Bahn geworfen, aber auch, weil es auf mich abgefärbt hat, muss ich sagen. Also ich habe mich nach den Sessions auch wirklich selbst so ein bisschen leer, energieleer gefühlt und habe so gemerkt, dass irgendwie das so dumpf wirkt. Das hat wirklich bei mir ein abgefärbt ein bisschen so. Ja, ich habe da ein bisschen gebraucht, auch das zu verarbeiten, weil ich mir dann auch diese Frage genau gestellt habe. Also dieses, wann darf ich bei meinem Gegenüber auch ansprechen, dass ich das Gefühl habe, dass ich gerade nicht weiterhelfen kann oder dass externe Hilfe nötig wäre oder gut wäre. Wie weit darf ich da reingreifen, wie weit darf ich das, wie weit muss ich das, wo ist meine Verantwortung dort und wo gebe ich sie ab. Also so ein bisschen diese Ethik, sage ich mal, das habe ich für mich ganz klar in dem Moment auch definiert. Also bis wohin ich unterstützen möchte und kann und ab wo ich dann auch sage, wo nicht mehr. Und für mich ist es mittlerweile so, dass ich dadurch das eben wirklich ganz extrem sogar auch in meinem Kennenlerngespräch schon einbaue, genau dieses Thema. Bist du gerade in einer psychotherapeutischen Behandlung? Wenn ja, dann weise ich wirklich darauf hin, dass es zwar mit Coaching kombinierbar ist, aber das meine Erfahrung ist, dass es Coaching eben sehr viel länger braucht dann, um Ergebnisse zu erzielen. Ja, ich finde wichtig, so dieses Thema reflektieren und klar haben, was ist die Wirkmächtigkeit, was sind aber auch Grenzen. Da haben wir ja auch im anderen Podcast schon mal die Zuhörerschaft, ja ich sage mal, fast ein bisschen aufgeklärt. Und ich finde es sehr, sehr schön, bin dankbar, dass du das so beschreibst. Ich mag mal so zwei Themen nochmal aufgreifen. Das eine ist, wenn wir mal uns so links und rechts umgucken, ich glaube, wir dürfen sagen, wir leben gerade in besonderen Zeiten. Und ich mache mal so zwei Pole auf, die mich ganz persönlich auch beschäftigen. Das eine ist, glaube ich, dass wir in einer Zeit leben, wo wir scheinbar beruflich alle Chancen der Welt haben. Also wir könnten überall arbeiten, wir könnten remote arbeiten, wir könnten weltweit arbeiten. Wir haben Fachkräftemangel, Punkt, 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 Punkt. Gleichzeitig haben wir sehr verdichtet Krisen, sowohl regional als auch international. Die Frage, die ich habe, ist dein Eindruck, dass diese Grundfrage, sinnerfülltes Leben, wofür lohnt es sich morgens aufzustehen, wird das relevanter gerade? Also merkst du eine Veränderung auch in der letzten Zeit? Mein Eindruck ist schon, also in meinen Coaching-Sessions selbst, also von meinen Klienten genau das schon. Also dass viele Menschen oder viele Klienten zurzeit wirklich verunsichert sind vom Arbeitsmarkt. Also eben, wie du auch beschreibst, von den schieren unendlichen Möglichkeiten, die es gibt. Aber auch verunsichert eben zum Beispiel, ich sage jetzt mal ganz konkret, von Homeoffice. Also Homeoffice ist schön und gut, aber es bringt eben auch diese Einsamkeit für manche mit rein. Dieses Thema Einsamkeit, das vorher nie da gewesen ist, wenn man 80 Prozent remote arbeitet. Gleichzeitig, genau, spielt eben dieses Thema auch wirtschaftliche Rezession auch noch ein Thema, dass viele eben auch mit reinbringen, dieses, ja Saskia, ich will schon gern was machen, was mir wichtig ist und was mich erfüllt, also was mich glücklich macht so. Aber ich will eben auch Geld verdienen. Und das wird gerade auch stärker eben immer dieses, ich muss damit ja auch Geld verdienen. Ich muss ja gut die Miete zahlen können, das wird ja alles teurer gerade. Und das spielt da schon mit rein. Also ich habe schon den Eindruck, dass die Klienten gerade sehr verunsichert auch sind. Und dann eben auch noch wirklich dieses Thema psychische Erkrankungen haben auch zugenommen. Und das ist, ich muss das wirklich so sagen, das ist wirklich auch mein Eigendruck. Also ich würde sagen, jeder zweite oder dritte Klient, den ich habe, ist auch parallel manchmal noch in der psychotherapeutischen Behandlung. Und mein Eindruck ist, dass es wirklich viel ist. Ja, und hat sich einiges verdichtet, einiges getan. So erstmal danke fürs Beschreiben. Ich mag so ein bisschen im Landeflug einmal noch fragen. Gibt es so etwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben kannst, was du sagst, das sind vielleicht so ganz wichtige Kernfragen, die sie sich stellen können, wenn sie ein bisschen näher an diese Methode rankommen wollen, dass du am Anfang ja das Modell geschildert hast. Aber gibt es vielleicht so zwei, drei Fragen, wo du sagst, Mensch, da lohnt es sich auch erstmal vielleicht im eigenen Coaching, also im Selbstcoaching sich mit zu beschäftigen, um dann sich im Ikigai-Coaching im zweiten Schritt zu wenden. Also was magst du vielleicht unseren Hörern so als Mini-Toolset gerade noch mit auf den Weg geben? Ja, gerne. Also ich finde die Frage ganz schön, bei welchen Themen setzt ihr euch für andere Menschen ein? Macht euch stark? Auch die Frage, die ist ein bisschen pathetisch, aber ich mag sie trotzdem sehr, dieses, wie wollt ihr die Welt verlassen? Also was sollen andere Menschen über euch sagen, wenn ihr nicht mehr da seid? Ja, Saskia, dann erstmal vielen Dank für den Einblick in deine Arbeit und alles, was damit zu tun hat und auch die Untiefen, die natürlich auch immer in solchen Aufgaben drinstecken können. Und damit sind wir auch für dieses Mal wieder am Ende dieser Folge angekommen. Also wie gesagt, nochmal vielen Dank, dass du unser Gast warst, dass wir den Einblick hatten in das Thema Ikigai-Coaching und wir wünschen dir weiter viel Erfolg mit dem Konzept und ich glaube, Nachfrage gibt es sicherlich genug. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, danke. Viel, viel Erfolg weiter in dir, Saskia-Werner. Und jetzt musst du aber noch aufklären, wie weit ist das entfernt, wo du wohnst? Von Berlin. Ludwigsfelde, wie weit ist das weg? Und tatsächlich auch die Frage, arbeitest du regional oder wenn man interessiert ist, kann man auch remote mit dir arbeiten, wenn du das noch so als letztes kurz reingibst? Ja, ich bin recht dicht an Berlin dran, aber immer noch weit genug weg, also 30 Kilometer südlich von Berlin und ja, ich arbeite rein online. Habt nochmal ganz herzliches Dankeschön in deine Richtung, liebe Hörerschaft. Wir wünschen Ihnen natürlich ein gutes, erfülltes Leben, sodass es sich immer lohnt, abends ins Bett zu gehen, aber vor allen Dingen morgens wieder aufzustehen. Eine ganz gute Zeit. Also bis dahin, auf Wiederhören. Sie hörten den Podcast Business Coaching and More. Wenn es Ihnen gefallen hat und Sie die kommende Ausgabe nicht versäumen möchten, abonnieren Sie bitte den Podcast. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.